Hahahaha Ja, ja, ja Hahahaha 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 Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt Bei einer weiteren Folge Bakura und seine Kuh Ja, und wir werden wieder Gemeinschaft Warum sage ich immer Gemeinschaft, Mann Ne, ey, gemeinsam mit der Kuh aufnehmen Ja, los, dann fahren wir mal hin, los Cool Los geht's, Leute Wir müssen die Yacht besiegen Die kommen mit den Leuchtkugeln an Wir müssen die verteidigen Wir müssen die erobern, heißt es Ja, okay, los geht's Mit im Team Ist A4, B4, Yayplay Chris Und Detzer Und, ähm, wer war das? Die noch gerade hier Ähm, sehe ich gerade nicht den Namen Nicht schießen Die auf der Yacht dürfen nicht schießen Nur mit den Leuchtkugeln Äh, mit der Leuchtkugel Wer war das noch? Achso, ich muss ja auch schießen Hey, ganz vergessen Und Minnelly Und die anderen sind Friedrich Ähm, Nico Putrix Ähm, General Flöscher und Justin Wir müssen die runterholen Wenn die tot sind Dann müssen die von der Yacht verschwinden Wenn wir jemanden besiegt haben Wir müssen ein bisschen rumfahren Um die Yacht Wir müssen ein bisschen rumfahren Okay, General, zieh wohl schon mal da weg Der ist schon mal tot General, dann musst du weg von der Yacht gehen Ganz weg Es dürfen nur die drauf bleiben Die überlebt haben So, fahr mal um die Yacht herum Die vorne krimme die, glaub ich nicht Was ist das? Ich hab ne Ego-Sicht geht nicht Oben ist einer Okay, auf der Yacht haben die ja nur diese Leuchtkugel Wenn die Hilfe brauchen, denen müssen die auch diese Leuchtkugel schießen Deswegen haben die nur diese Feuerwehr Kannst du mich grüßen? Die Größe L-P-Li-Tro-Ger Oder? Weil hier bunte Farbe ist So, da oben ist wieder einer Ja! Justin ist raus Cool Justin ist raus Wie viele sind noch auf dem Schiff? Ihr müsst ganz weg vom Schiff, ne? General, geh ganz weg Gehe zum Strand oder so Hier müssen wir zum Strand gehen Genau, F hier auch Wurde auch, glaub ich, besiegt Zum Strand musst du dann Oh Der wurde schwer erwischt Jetzt ist, glaub ich, noch Friedrich da Oh, fahr mal ein bisschen zurück Wo sind die denn? Da oben ist Nico noch Fahr mal ein bisschen weiter weg da Ja Den krieg ich gleich Ja A4 hat's ein Handyco Das macht Spaß irgendwie Das ist richtig toll Wo ist der andere? Wir müssen am Ende Fahr mal grad aus Chris Fahr mal grad aus Da Da am anderen Ende ist der Da oben Und ganz einer Hab ich ja gesagt Am anderen Ende Wie die sich retten Weiter, weiter, weiter Friedrich muss da auch noch irgendwo sein Der ist ja noch am Leben Fahr mal grad aus Ja genau, da rum Da schädige ich meine eigene Jacht Die will ich wieder zurück haben Der ist noch alles drauf Meldet euch mal Fahr mal vor, fahr mal vor Du musst gucken wo der ist, der Typ Ich will meine Jacht wieder haben Ich will meine Jacht wieder haben Nico wurde besiegt So, jetzt noch glaube ich Friedrich, oder? Ist er auch schon besiegt? Sag ihm dann mal Bescheid Wer essen muss Da oben, Friedrich Da ist er, da Hab ich ja gesagt, da Niko Niko, dann musst du weg von der Jacht gehen Ganz weit weg Vom Strand hin oder so Wo ist er denn jetzt? Da kriege ich den nicht Fahr mal zurück Zurückwärts Da, da, da Da ist er Ne, das ist Friedrich Warum ist er Was ist das denn? Oh Er ist gestorben Ne, ist ausgestiegen Kannst du nicht mal einsteigen, oder was? Ne, das hast du nicht, Chris Das hast du nicht Nur mit der Waffe hier Versuch wieder einzusteigen Muss auf der Fahrerseite einsteigen Ja, jetzt Fahr mal zurück, genau Was ist er denn? Was ist er denn jetzt gerade? Einer ist noch am Leben Der Zer war ja auch noch da Hab ich auch ganz vergessen Oder? Weiß nicht War denn unser Team? Erkennt man nicht so wirklich Ist er jetzt besiegt mir, ne? Fahr mal an der Seite von der Yacht An der Seite Ich muss einmal drehen Da oben ist er wieder Ja, du musst weiter an der Seite Da, da, da ist er da hinten Da muss er auch hin Da muss er auch hin Da muss er auch hin Das ist ein Arsch, der Pakura hat, ey Sehr hässlich Ja, ich bin hässlich Und geil drauf Ah, okay Vielleicht Freut mich, Pakura Ja, ich bin immer nett Ja Oh Gott, pass Komm her Nein Pass, da wieder rum Da wieder rum Da wieder rum Schieß mal in Wasser Dann fährst du auf Ja? Joa Irgendwie schon, ne? Oh, die Dings ist hinter uns her Die Wasserpolizei Ist er jetzt hier auf der Seite? Wo ist er denn? Wir sehen nicht schießen Da, da oben, da Du bist vorbeigefahren Guck mal, wir fahren schneller Wenn wir was erschießen Glaub ich Das Glauben ist, äh, nicht so weit Äh, ja Wo ist er denn schon wieder? Oh, mein Name Wied auch an der Zeit Cool Ne, das ist ein Pakura Ach, ein Pakura-Schiff Achso Was ist er denn jetzt? Ich seh ihn gar nicht mehr Ist nicht schwierig Das ist nicht schwierig Das ist ein Pakura-Schiff Ach, ein Pakura-Schiff Können wir ihn schon mal gleich runter holen Konzentrieren Konzentration Wo ist er? Achso, ja, das können wir gleich mal ausprobieren Ich ergebe mich Er ergibt sich Er ergibt sich Er ergibt sich Gott, das Schiff ist schon voll kaputt Leut Wo ist er denn jetzt? Wo ist er? Wir müssen ihn trotzdem töten Jemand hier ergibt sich Der ist hierhin gewesen Der ist hier gewesen Wo ist er da? Der ist hier, der ist hier Ich weiß warum nicht Doch, er ist gestorben Ich hatte meinen Motorrad-Club auf Warte mal, verweilten Ne, niemand war drin Ich hab ihn mal eingeladen Oder Mitglieder Doch dann Doch, Friedrich Ey, das war doch unfair Ich muss den Motorrad-Club verlassen Naja, nur er war drin Ich hätte ihn fast ein paar Mal erwischt So, steck mal aus Chris, steck mal aus Oh Mann Oh Mann Was war das denn? Ist er ausgestiegen? Ja Guck mal Kann ich wirklich so fahren? Boah, Tiles Generation, weg da Fick den gar nicht Ja, jetzt Fick den noch? Komm, komm Fahrt über mir rüber Genau, Fahrt über mir rüber Fünf Sterne Fünf Sterne, cool Hat man nicht immer Ich hab vier Sterne Scheiße, die Kops zieht überall Scheiße Ich stecke fest An eine Yacht Oh, guck mal, ich fahr jetzt rückwärts Das funktioniert Ihr kriegt mich, kriegt mich Komm, kriegt mich, Leute Kriegt mich Hör, kriegt mich Komm, kommt, kommt Nein, okay, wer zuerst ich schreib darf alle töten So, kommt alle her, steigt hier alle ein Können nicht alle einsteigen Aber die meisten Bitte einsteigen Nicht so schräg hinstellen Jetzt fahren wir dagegen Das war dumm Das nehme ich mit auf Das war dumm Richtig dumm So, das war's meine lieben Zuschauer Danke, dass ihr alle eingeklickt habt bei dieser Folge Wie ihr wisst, kommt ja jeden Tag eine Folge für euch raus Und wenn ihr dabei sein wollt, schaut euch gleich noch das Ö настро an Und dann Könnt ihr auch noch mitmachen Und bis zum nächsten Mal Tchau, Leute Ich liebe euch alle Danke Mua wellbeing Mua wellbeing Nein, wir stürzen ab Ein Ah Nein, alle Oh, wir gehen unter Wir werden trinken Oh, nein Ich wollte noch irgendwo einkaufen gehen. Das schaffe ich glaube ich auch nicht mal. Ich kann mich glaube ich für immer verabschieden. Lecker das was hier unten. Ich wusste gar nicht, dass es so lecker war. Lecker. Schmeckt ja immer besser. Oh, guck mal was da hinten ist. Alles hier so. Wunderschön. Oh, guck mal. Der Boden. Was machen wir denn hier? Was schönes. Oh, was frech ist. Das war's mal lieber Zuschauer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Natürlich kommt jeden Tag eine GTA Online Folge raus. Mit Bakura und seiner Crew. Und wenn dir das Video gefallen hat. Würde mich das sehr freuen, wenn du einen Daumen nach oben gibst. Und wenn du neu bist auf meinem Kanal. Und auch gerne dabei sein möchtest. Dann schau in der Videobeschreibung. Und schau dir das PSN Namen. Und Social Club Namen Video an. Und das Inforegel Video. Wenn man dabei sein möchte. Ja, wenn man das Video nicht anguckt. Die beiden Videos. Dann kann man auch nicht dabei sein. Dann nehme ich keine Anfragen an. Da ist genau erklärt, was man machen muss. Und so welche Lappen Leute wollen wir auch gar nicht erst haben. Ja, dann habe ich noch ein Video. So kommt man besser in der Lobby rein. Das kannst du ja auch noch anschauen. Wenn du nicht weißt, wie man reinkommt. Und dann kannst du auch noch das Bakura Styling Video anschauen. Wenn wir einen Familienausflug machen. Mit der Familie. Alle sehen so aus wie Bakura. Ja, und wenn mal jemand gewonnen hat. In Minecraft oder in GTA. Die Gewinner stehen in der Videobeschreibung. Dann habe ich noch meinen Vlog-Kanal. Und das 1000 Abonnenten Spezial. Schau dir das an. Da werde ich meinen Lachflash so richtig ausleben. Und mehr Infos gibt es auf Facebook und Twitter. Und auf Facebook bin ich sehr aktiv. Da poste ich auch mal andere Dinge oder Sachen. Und auf Twitch sind wir auch noch aktiv. Und wir haben auch noch GTA 5 Filme. Von Teil 1, 2, 3 und so weiter. So, und wenn du mal Fragen hast oder Funfragen. Was dich so interessiert. Oder mich überfordern möchtest mit Funfragen. Dann kannst du es gerne tun. Dann brauchst du einfach nur Hashtag DeadPictures schreiben. Und dann deine Fragen untereinander gegliedert. Jo, das war es sonst von dieser Folge. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Jetzt kannst du abschalten. Ciao, ciao.